Ich hatte gern nochmal ein Anliegen. Ich bin Pfleger auf der Intensivstation. Ich will einfach nochmal die Leute eindringlich darauf hinweisen, wirklich die Maßnahmen so umzusetzen, wie es gemacht ist. Einfach das aufs Minimum beschränken. Ich weiß, es ist eine scheiß Zeit. Ich habe selber fünf Kinder. Aber anders funktioniert es nicht. Wir kommen sonst noch nicht raus aus der Krise. Bitte zu Hause bleiben. Ihr rettet damit Leben. Ihr rettet damit Leben. Wir müssen uns jetzt ungewöhnen. Können Freunde nicht sehen und Opa seinen Enkel nicht. Oh, wie lang soll das gehen? Mach dein Balkon und Garten schön. Gemeinsam allein. Wir werden die Zeit schon überstehen. Wir bleiben daheim. Daheim, daheim. Daheim, daheim. Wir bleiben daheim. Daheim, daheim. Daheim, daheim. Und kaufen wir Omi noch was mit ein. Die bleibt daheim. Daheim, daheim. Daheim, daheim. Papa trägt jetzt Schlafanzug, statt Anzug und Schlips. Und in der Mittagspause wird gezockt mit den Kids. Und Mama macht zum zehnten Mal. Und Mama macht zum zehnten Mal Lack auf die Zehen. Und um sie ran, da liern die Kleen. Wir bleiben daheim. Daheim, daheim. Daheim, daheim. Wir bleiben daheim. Daheim, daheim. Daheim, daheim. Und wenn immer haben's dort, stell ihm ein Bein. Wir bleiben daheim. Daheim, 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 daheim. Vielen Dank.